Hier kannst du einfach unendlich Lindschokolade essen, so viel du möchtest. Denn im Lind Home of Chocolate in der Schweiz steht der wahrscheinlich größte Schokobrunnen der Welt. Und ja, ich hab versucht da dran zu kommen, aber man kommt auf einem anderen Wege zur unendlichen Schokolade. Denn dafür müsst ihr auf die Schokoladentour, die euch etwa 15 Euro kostet, aber die es auf jeden Fall wert sind. Da euch drinnen drei verschiedene Schokoladenbrunnen direkt begrüßen, wo ihr euch so viel und wirklich so viel Schokolade auf den Löffel tun könnt, wie ihr wollt. Oh mein Gott. Und das hab ich bei der richtigen Schokolade auch direkt wörtlich genommen und komplett ausgekostet. Einfach glücklich sein Vater. Und schön gekleckert. Und nicht nur das, nein, ihr könnt euch auch beliebig viel Tafelschokolade ziehen. Einfach Hand runter und mein Kindheitstraum wird in diesem Moment einfach wahr. Und es hört nicht auf mit Schokolade, mein Herz sinkt mittlerweile. Und es gibt noch so viel mehr, dass ich euch noch gar nicht hier zeigen konnte. Deswegen, wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare.